Ich lebe hier in der Stadt. Ich bin bekannt wie ein bunter Hund. Jeder kennt mich hier. Jeder kennt Basil Pascali. Sehr freundlich von Ihnen, Mr. Pascali. Mein Name ist Burns. Anthony Burns. Es freut mich sehr, Sie kennenzulernen. Also, ich habe das Gefühl, dass Sie nicht ganz so unkompliziert sind, wie Sie sich uns gerne zeigen. Ich fürchte, ich bin das, was ich zeige. Sind Sie ein Polizeiagent? Ich habe nichts zu tun mit der Polizei. Vielleicht aber irgendeine Art von Informat? Nicht irgendeine Art. Die beste Art. Ich gehöre zur besten Art. Es sind andere Interessen im Spiel. Mächtige Interessen. Er muss überredet werden, das Land ohne Aufsehen zu verlassen. Es ist gefährlich für ihn. Die Sache ist ernster, als Sie glauben. Sie werden nicht mehr lange warten. Ihr Leben ist in Gefahr. Und meines auch. Warum vertrauen Sie mir nicht? Bedeute ich Ihnen denn so wenig? All die Jahre habe ich über Sie gewacht. Sie beobachtet. Sie geliebt. Oh, Lydia.